In einer außergewöhnlich offenen Fede hatten sich Korka und Trump, die derselben Partei angehören, bereits zuvor einen Schlagabtausch über Twitter geliefert. Korka ist Vorsitzender des wichtigen Auswärtigen Ausschusses des Senats. Es ist eine Schande, dass das Weiße Haus eine Tagesbetreuung für Erwachsene geworden ist, twitterte Korka. Jemand hat offensichtlich heute Morgen seine Schicht versäumt. Oje, die Liebe Geldnot rückt dem nächsten Prominenten zu Leibe. Wie das britische Blatt Sun berichtet, will der Externis-Star bei der britischen Ausgabe von Ich bin ein Star, holt mich hier raus mitmachen. Der Bild-Zeitung zufolge hat Becker das Angebot bestätigt. Foto-Imagoita-Test Rund 3000 Menschen sind gestern wegen eines Großbrandes aus einem Moskauer Einkaufszentrum in Sicherheit gebracht worden. Rund 55.000 Quadratmeter des auf Baumaterialien spezialisierten Einkaufszentrums seien in Brand geraten, teilte der russische Katastrophenschutz mit. Ein Journalist berichtete von dicken schwarzen Rauchwolken über dem teilweise eines stürzten Dach des Gebäudes. Den Behördenangaben zufolge gab es offenbar Verletzte. An den Löscharbeiten waren mehr als 290 Feuerwehrleute, 170 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie drei Hubschrauber beteiligt. Die Strecke Berlin-Hamburg gehört zu den meistbefahrenen in Deutschland. Foto-DPA auf der Fernstrecke gibt es im Norden vier Tage nach dem Sturm selber weiter Probleme, aber immerhin die direkte Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg ist seit dem Morgen wieder frei, allerdings nur in eine Richtung. Bis der Bahnverkehr ohne Umleitungen wieder in beide Richtungen regulär verlaufe, könne es noch mehrere Tage dauern, sagte ein Bahnsprecher. Von Hamburg nach Berlin können Pendler nun wieder auf direktem Wege fahren. Andersherum leitet die Bahn weiter um, was eine Verzögerung von etwa einer Stunde bedeutet. Alleine auf der Strecke zwischen den beiden größten deutschen Städten habe es auf einer Länge von mehr als 40 Kilometern massive Beschädigungen gegeben, teilte die Bahn mit. Insgesamt habe Sturm-Selbia rund 1000 Kilometer der Bahninfrastruktur beschädigt. Guten Morgen, ich hoffe, Sie sind trotz der noch immer ungewohnten Dunkelheit am Morgen gut aus den Federn gekommen. Immerhin in den meisten Gegenden sollte nach Sturm-Selbia der öffentliche Nahverkehr wieder normal rollen. Was uns heute beschäftigt, er Berlin verhandeln die Parteien weiter über die Verhandlungen des Verhandlungsinhaltes, die die noch auszuhandelnden Verhandlungspartner einer zu verhandelnden Regierungskoalition, Sie wissen schon Jamaika in Spanien gehen die Spannungen um eine drohende Abspaltung Kataloniens weiter. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Audienz beim Papst. Der scheitende Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble nimmt zum letzten Mal am Treffen der Eurogruppe teil. In Stockholm wird der Preisträger des Nobelpreises in den Wirtschaftswissenschaften bekannt gegeben. Zugegeben die ganz großen Aufregerthemen sehe ich da jetzt auch noch nicht. Aber die Woche ist ja noch denkbar jung. Ich freue mich jedenfalls auf einen interessanten und unterhaltsamen Tag. Mein Name ist Sebastian Hult. Schicken Sie mir Hinweise oder Kritik gerne an sebastian.hult.de oder via Twitter. Foto-DPR nach Auflösung von Frühnebelfeldern und einer insgesamt sehr frischen bis kühlen Nacht beginnt die neue Woche nordöstlich der Elbe meistens freundlich und trocken. Ansonsten sind die Wolkenfelder zahlreicher und können gebietsweise etwas Regen oder Nieselregen bringen. Die Temperaturen fallen nach wie vor bescheiden aus. Verbreitet werden es nicht mehr als 9 bis 14 Grad. Einzig am Rhein und seinen Nebenflüssen gibt's ein bisschen mehr bei 15 bis 17 Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch dominiert häufig der Herbst der wechselhaften Art. Danach steigen die Chancen auf mehr Sonne und Wärme. Hier die Details. Damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Tag und die neue Woche. Ihr Björn Alexander